Die 5 besten komplett ausgestatteten Küchenblöcke mit E-Geräten Ich habe die Edelstahleinbauspüle in meinem neuen Küchenprojekt installiert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Spülbecken ist geräumig und tief genug, um auch größere Töpfe und Pfannen problemlos zu reinigen. Die rechteckige Form fügt sich gut in das Gesamtdesign meiner Küche ein und die Materialqualität ist hochwertig und robust. Die Installation war einfach und unkompliziert und ich würde diese Spüle jedem empfehlen, der nach einer zuverlässigen und optisch ansprechenden Lösung sucht. Ich habe die Ronky 4-teilig Küchenzeile gekauft und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Der Aufbau war einfach und schnell erledigt und die Qualität des Materials ist sehr hochwertig. Der Betongrau-Look passt perfekt in meine Wohnung und bietet genügend Stauraum für meine Küchenutensilien. Besonders praktisch finde ich den kleinen Küchenblock, der sich ideal als Arbeitsfläche eignet. Alles in allem eine tolle Einbauküche für Single-Haushalte oder kleine Wohnungen. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Ronky 4-teilig Küchenzeile gekauft und ich bin mehr als begeistert. Die Einbauküche sieht nicht nur perfekt aus, sondern bietet auch jede Menge Stauraum. Die Arbeitshöhe ist optimal und das Design in weiß Spanplatte fügt sich wunderbar in meine Wohnung ein. Der Aufbau war kinderleicht und die Qualität ist wirklich top. Ich kann die Ronky Küchenzeile jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer Komplettlösung für seine Single-Küche ist. Ich habe diesen Küchenblock in Hochglanz-Weiß-Synome-Eiche-Dekor mit E-Geräten gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Größe von ca. 310 x 60 cm passt perfekt in meine Küche. Die Qualität der Möbel ist sehr hochwertig und die Montage war einfach und schnell. Die E-Geräte funktionieren einwandfrei und sind sehr praktisch. Die Farbkombination von Weiß und Eiche sieht sehr modern und stilvoll aus. Ich würde diesen Küchenblock jedem empfehlen, der eine moderne und praktische Küche haben möchte. Ich habe die Eldorado Möbel Küche Lux 260 Plus CM Rot Küchenzeile Küchenblock Einbauküche Komplettküche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Montage war einfach und die Qualität des Materials übertrifft meine Erwartungen. Der rote Farbton gibt meiner Küche eine moderne und elegante Note und das Design der Küchenzeile und Schränke bietet viel Stauraum und Funktionalität. Ich würde dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen, besonders wenn Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung für Ihre Küche sind. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.